Ja, hallo. Wir wollen diese Ungleichung hier mithilfe der Dreiecksungleichung beweisen und dazu machen wir eine Abschätzung. Gut, beginnen wir also unseren Beweis und zunächst einmal würde ich diese beiden Brüche hier zusammenfassen. Aber das Dumme ist, die haben nicht den gleichen Nenner und deshalb kann ich die nicht auf einen Bruchstrich schreiben. Gut, man könnte da erweitern und so, aber das ist sehr aufwendig. Das habe ich noch nicht durchgerechnet. Wir gehen einen anderen Weg. Wir machen eine Abschätzung. Ich erkläre mal das Prinzip. Nehmen wir mal an, wir haben einen kleinen Mann und der kleine Mann ist kleiner als ein ganz großer Mann. Ja, so wie hier kleiner Term, großer Term, dazwischen das Ungleichheitszeichen. Gut, dann kann man folgende Abschätzung machen. Nehmen wir mal an, wir wissen nicht, wie groß der große Mann ist, aber er ist größer als ein mittelgroßer Mann. Das ist der mittelgroße Mann und der mittelgroße Mann ist größer als der kleine Mann. So, dann kann man sagen, wenn der mittelgroße Mann größer als der kleine Mann ist, das nehmen wir mal an, das wissen wir, dann kann man daraus folgern, dass auch der große Mann größer als der kleine Mann ist. Ja, also mit anderen Worten, wir machen hier den großen Mann erst mal kleiner. Das heißt, wir machen diese Seite der Ungleichung kleiner und gucken, ob die dann immer noch stimmt. Wenn sie für den mittelgroßen Mann stimmt, dann stimmt sie automatisch auch für den großen Mann. So, und wie mache ich die rechte Seite der Ungleichung kleiner? Da muss ich die beiden Brüche kleiner machen. Und wie macht man einen Bruch kleiner? Indem man den Nenner größer macht. Wenn ich hier zwei Drittel habe, wenn ich jetzt den Nenner mit 1000 multipliziert, da wird der Nenner größer, aber der Bruch kleiner. Ja, also wir müssen den Nenner größer machen und das mache ich folgendermaßen, weil das so gut passt. Da addiere ich hier einfach Betrag von W hinzu. Dann habe ich Betrag von Z plus 1 plus Betrag von W. Und hier addiere ich Betrag von Z hinzu zum Nenner. Dann habe ich hier Betrag von W dividiert durch Betrag von W plus 1 plus Betrag von Z. Ja, und hier bleibt alles gleich. Das muss ich mal eben abschreiben. So, und jetzt erkläre ich nochmal, warum ich das gemacht habe. Also, ich habe erklärt, dass ich hier die rechte Seite kleiner machen will. Und dazu muss ich die beiden Nenner größer machen. Und das habe ich gemacht, indem ich diesen bzw. diese Terp hinzuaddiert habe. Ja, und der Sinn war, dass jetzt beide Nenner gleich sind. Und jetzt kann ich das Ganze auf einen Nenner, auf einen Bruchstrich schreiben. Gut, dann mache ich das mal. Dann erhalte ich hier, wenn ich das auf einen Bruchstrich schreibe, 1 plus Betrag Z plus Betrag W. Und hier habe ich im Zähler Betrag Z plus Betrag W. Und hier bleibt wieder alles gleich. Okay. So, jetzt will ich beide Brüche beseitigen. Das heißt, die Nenner verschwinden lassen. Dazu multipliziere ich, so wie wir das in der Bruchrechnung gelernt haben, beide Seiten mit diesem Nenner und beide Seiten mit diesem Nenner hier. Ja, und das darf ich auch, denn beide Nenner sind positiv. Da muss ich also kein Ungleichheitszeichen rumdrehen. Gut, dann erhalte ich hier Betrag von Z plus W mal. Und jetzt kommt das hier 1 plus Betrag von Z plus Betrag von W. Ist kleiner gleich. Da kommt das hier. Betrag von Z plus Betrag von W mal. Da muss ich eine Klammer drumherum machen. Mal Betrag von Z plus W plus 42. Okay. Jetzt kann ich das Ganze ausmultiplizieren. Dann habe ich hier einmal Betrag Z plus W. Dann habe ich das mal das. Das ist Betrag Z plus W mal Betrag Z. Dann habe ich das mal das. Das ist Betrag. Ne, fang so rum. Das mal das. Betrag Z plus W mal Betrag W. So, das war schon mal die eine Seite. Und jetzt muss ich hier jeden Term aus dieser Klammer mit jedem Term aus dieser Klammer machen. Also das mal das. Dann habe ich Betrag Z mal Betrag Z plus W. Dann das mal das. Dann habe ich 42 mal Betrag Z. Plus, dann habe ich, schreibe ich es mal so rum. Betrag Z plus W mal Betrag W. Betrag Z plus W mal Betrag W. Und dann habe ich noch das mal das. 42 mal Betrag W. Mal Betrag W. So, okay. So, jetzt vereinfacht sich die Gleichung ganz stark. Denn man darf ja auf beiden Seiten der Ungleichung die gleiche Zahl subtrahieren. Das heißt hier, ja, schauen wir mal eben. Ich habe hier einen Term. Und den habe ich auch auf der anderen Seite. Also fällt der weg. Dann kann ich den hier schon mal streichen. Dann habe ich hier einen Term. Den habe ich auch hier. Dann kann ich den auch streichen. So, und da bleibt übrig. Betrag Z plus W ist kleiner gleich 42 mal Betrag Z plus 42 mal Betrag W. So, und die 42 ziehe ich am besten mal davor. Vor das Ganze. Das ist besser. Also 42 mal Betrag Z plus Betrag W. So, mache ich runde Klammern drumherum. So, jetzt muss ich nur noch zwei Abschätzungen machen. Einmal die hier und hier unten noch eine. Fangen wir mal hier unten an. Also stellt euch einfach mal vor, die 42 Stände gar nicht da. Ich tue mal hier sowas drüber, damit man die nicht sieht. Die ist jetzt weg. Dann habe ich da die Dreiecksungleichung für komplexe Zahlen erhalten. Diese Ungleichung haben wir schon bewiesen. So, das ist also eine Ungleichung. Da weiß ich, die ist wahr. Dann bleibt diese Ungleichung doch wahr, wenn ich jetzt die rechte Seite noch größer mache. Also wenn sie so schon wahr ist, dann bleibt sie natürlich wahr, wenn ich noch mal die rechte Seite mit 42 multipliziere. Ja, also kann ich schon mal sagen, die ist wahr. Und die hier ist ja äquivalent zu dieser Ungleichung hier. So, und diese Ungleichung hier haben wir ja schon gesagt, wenn die wahr ist, dann folgt daraus auch, dass diese wahr ist. Wenn die Ungleichung für einen mittelgroßen Mann stimmt, stimmt die auch für einen großen Mann. Und das ist ja dieser Schritt hier gewesen. Ja, und damit habe ich bewiesen, dass diese Ungleichung hier wahr ist. Für alle z und für alle w. Ja, am meisten lernt man durch Fehler. Und deshalb habe ich hier noch mal einen Beweis hingeschrieben für die gleiche Ungleichung. Aber der Beweis enthält einen Fehler. Ist zwar kürzer, aber verkehrt. Gut, also erstmal haben wir hier wieder das Gleiche gemacht. Wir haben die rechte Seite der Ungleichung kleiner gemacht und zunächst einmal versucht, die hier dann zu beweisen. Ja, und wie haben wir die rechte Seite kleiner gemacht? Da haben wir hier wieder beide Brüche kleiner gemacht. Und Brüche macht man kleiner, indem man die Nenner größer macht. Ja, und die Nenner haben wir größer gemacht, einmal indem wir hier 41 hinzuaddiert haben. Dann haben wir hier statt einer 1 eine 42, so wie hier. Das ist schon mal eine gute Idee. Und genauso gut ist die Idee, wenn wir hier zum z ein w addieren und zum w ein z. Ja, also hier habe ich was hinzuaddiert und hier auch. Ja, also ich habe überall nur was hinzuaddiert. Dadurch werden die Nenner größer, die Brüche werden kleiner. Und dann habe ich diese neue Ungleichung ganz einfach abschätzen können. Denn wir haben ja hier überall den gleichen Nenner. Wenn ich jetzt mit dem Nenner multipliziere, also die Ungleichung mit dem Nenner multipliziere, das darf ich ja, der Nenner ist positiv, dann fällt der Nenner komplett weg und ich erhalte diese Ungleichung hier. Und das ist die Dreiecksungleichung. Und die haben wir ja in einem anderen Video schon bewiesen. So, der Beweis ist kürzer, aber der enthält einen Fehler. Und den sollt ihr finden. Wenn ihr den Fehler gefunden habt, schreibt ihr den bitte in die Kommentare. Ja, das war es. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich.